Willkommen zurück zu einem neuen Part von der SPL Super Smash Bros. Ultimate. Der letzte Part war ja sehr äh kritisch. Schauen wir es mal so aus. Ich sage einfach dazu gar nichts. Mal schauen wie heute gepaart wird. Ich habe es verloren. Was geht denn da an? Die dürfen nicht aufstehen. Cool. Auf. Die fand zu cool. Woah. Woah. Ich bin jetzt auch selber bist. Ich gebe es nicht. Ich bin jetzt direkt hinter dem einen Thermal. Ich bin jetzt hier in der Hand 1943. Ich bin jetzt hier in der Raum. Ich bin jetzt hier in der Raum. Ich bin ein Spieler, die ich noch nicht im Anfänger. Ich bin jetzt hier in der Raum. Ah! Ah! Uns find ich's im Maul, alter. Gewonnen! Wir wollen einen. Wir wollen einen. Nice, nice. Nein, aber das muss ich nicht trinken. Wow. Jetzt ist das Tee hier. Oh, das wird ätzeln. Boah. 9200. Boah. Ah. 2 Wohner. Irgendwann nur einer. Oh, ne. 2. Wow. So viel Rüge verweilt. Boah. 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 Was ist das im Maul, Alter? Niederlage fortsetzen! Schaust du grad? Ich glaub, es erwirbt nur irgendwas in der Nähe offen hat. Was ist das? Bereit? Los! Wow. Weißt du, was ist das? Wir sind am Ende. Sehr gerne. Wir sind beim Auflaufen. Wir sind auf dem Weg. Ich bin großartig. Nein! Jetzt wird es was. Ich bin doch gesprungen. Bereit? Los! Oh! Wow! Oh! 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 Ei, ei, ei! Wuh! Hey, geschafft! Cool! Cool, ich hast es geschafft! Ja, ist's nice! Zuschauer 2! Ja, weil ich bin ja seltsam, ich stream nur privat! Hm? Ich stream nur privat! Das ist nur, zum Beispiel mal prüfen, ob das Mikrofon nicht rumlägt! Schau! Und ich weiß, wie es sowas sind, weil es hier rüber hat, wenn man ein Handy hört! Ich weiß, es ist einfach ein Bug! Alter, schau mal, wenn ich da reingehen! Ich mach' ein Tausend und Zweiger umlaufen! Ich weiß, es ist einfach ein Bug! Dann ist es einfach ein bisschen alt! Ich setze jetzt mal ein Tausend. Ah! Mein Lieblingsspiel sieht man im Hintergrund schon wieder eingeblendet! Und Rhaentümmel, äh, der Spectrum ist ganz nice nice! Mein Lieblingsspiel? Der Spectrum ist ganz cool! Ich weiß, ob es im wachsesten ist! und ich hasse das Spiel. Ich mag es tatsächlich echt nicht gern. Aber hier hätte es eher Inkling eingesetzt, da Pete's... Echt so, gell? Habe ich mir auch gerade gedacht, aber... Wenn sie meinen... Wow. Wow. Ich glaube, ich habe sie ja einen Klang greifen, oder mei? Ah. Oh. Oh. Äh, nicht schön. Oh, die Welt wird... Hä? Ich habe sie heute geflogen. Nein, eben nicht. Mich hat sie heute gezogen. Wo müssen? Ah. Bereit? Los! Fick dich, Pete! Nein! Die wollte ich haben! Oh, okay. Fick dich, Pete! Fick dich! Echt! Ich bin, obviously. Oh, okay. Theia! Komm her! Schade! fritz immer so ein bisschen das ist sogar noch selbst in die männern da ist da punkte Da hinten muss irgendetwas geiler stehen, weil da kommen nicht zwei Bosse direkt hintereinander. Boss, was heißt hier? Bosse. Zwei Gegner. So. Wissensbomb geht's wieder weiter. 15. Schau mal. Rufen. Ich kann ja welche kaufen. Äh, Leute, sind das ganz sehr. Schau mal. Ich kann ja welche kaufen. Die Frage ist, wer ist wer? Das wäre natürlich gut zu wissen. Wissensbomb hier weiter spielen, weil ich muss auf die Toilette. Ja, dann geh du mal und isst um. Kannst ja mal rein. Aber schau auf die Stacks oben rechts, steht dort, wie viele Punkte der Gegner hat. Unten irgendwo deine Anzeige, bei den Geist, dem Dürken Geist. Okay. So, jetzt bin ich hier an der Macht. Ist ja alles, du hast außen das hat hier. Ich finde, das sieht vor allem auch voll schön aus. Das sind das ja. Einkaufen. Amtual lernen. Du hast Geisterpunkte DGP verdient, in diesem Lern kannst du da mit toller Alters und Geister kaufen. Okay. Ah ja, wir haben da verdient und ich kann mir dann die 1000. Das ist gut zu wissen, dass es funktioniert. Also hier kann man, okay. Und war mir so klar, dass es Neppe und Slap einfach darum kümmert. Weil die aus dem Animal Crossing Doppels zu Beginn Stunten oder was gemacht haben, besser gesagt. Also ein sehr interessanter Laden hier. Und das war was man verdient und dann halt. Ich weiß auch im Teil gar nicht, was so richtig das nicht für einen Sinn hat. Nein, da sind die Geister hier. Subgeist. Und da sind Snacks für die Subgeister. Was soll ich? Das rennst du gerade über die Inhalte in diesem Laden hier, den ich entdeckt habe. Ich kann mal den Subgeister kaufen und Snacks für diese Geister. Kann die Geister mit diesen Snacks anfangen? Hm? Was kann jemand anfangen? Und hier haben wir dann die... Entschuldig. Wo hast du den gefunden? Hm. Ich bin einfach... Der war da links in der Nap. Ach, da wo ich die geholt habe, okay. Das war dieser Nap and Slap. Ich liebe Anime Crossing, da ist auch immer dieser Toon Luke da. Für uns muss den Ding. Probieren wir mal eins so'n Ding aus. Scheiß drauf. Wo ist das? Da warst du nicht genug Münzen. Und brechst deine Anzahl. Na ja, ich seh schon. Ja, guck mal her. Cool. Äh, wie gebe ich das denen denn? So. Geister. Stärken. Ah! Chillig. Ähm, wen wollen wir denn stärken? Ich hätt noch Donkey Kong als Geist geholt. Ich nicht, ich will die jetzt voll leveln, alter. Zwei will ich eigentlich voll bringen. Oh, mal sieh hier. Nein, neunzig. Okay. Ich muss sagen, ich hab's ein bisschen mit dem Power-Ups übertrieben hier. Komm Push. Push. Geh, geh. Höchst Level. Scheiße. Wow. Ähm. Scheiße. Alter, du hast eh wohl hier. Ne, ich hab schon sowas. Das ist neutral. Das hab ich schon. Okay. Ah. Ach, glaub ich auch schon. Ja, mach ich nochmal sowas mit Angriff. Ah. Pfff. Sagen wir uns grad ein bisschen minimal übertrieben. Nein. Nicht, gell? Hätt ich auch nicht gesagt. Glaub ich dem nicht. Ui, der Primärgeist, der sieht geil aus. Den will ich haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Da muss die besten GP verdienen. Ich will ihn haben. Da muss der Schlachten gewinnen. Ja, dann zünde ich jetzt ein paar Leute an. Oh, das ist Duck Hunt Duo. Ich hasse die zwei. Hab ich schon beim 3DS schon nicht gemobbt, Alter. Hab ich schon meine Zustände bekommen. Oh, und Pokémon auch dazu. Oh, und Pokémon auch dazu. Huh. Swipe. Der hat mich gar selber in die Luft katapultiert. Hab ich gut gemacht. Würde ich jetzt mal ganz schrumpft behaupten. Nein. Fickt euch. Fang du. Voller. Der sieht aus wie als wäre der Hund komplett stoned irgendwie. So richtig bekifft. So richtig bekifft. So richtig bekifft. Alter. Sieht echt witzig aus. Aber es sieht halt echt so aus. Bisschen zünde. Bisschen zünde. Bisschen zünde. Ausgewichen. Nö. Lauf jetzt nicht rein. Verpiss dich. Tschüss. Oh. Der erste ist raus. Geweilen. Gefallen. Schöle. Schöle. Hm. witzig was map ist witzig ja das ist ganz cool so mit moritz machen wir weiter eigentlich erst im nächsten part von super smash bros ultimator tun wir morgen zurecht krallen wenn die orgin gefeiert hat abgefickt und jetzt bedanke ist klar ich lasse das einfach bei uns kommentiert hier im rom stehen sagt aber herzlichen dank was so sauer was gut ist nix not how